Ihr Sohn ist acht, der weiß aber, dass die Oma nicht mehr lebt. Kinder haben häufig so eine mediale Begabung. Und wenn Sie sagen, Ihr Sohn hat es in der Nacht erlebt, dann ist es vermutlich so, dass Ihr Sohn da in so einem hypnagogen Zustand war. Das kennt man aus der Psychologie und aus der Schlafforschung. Das ist so ein bestimmter Zustand zwischen Wachen und Träumen. Also die Leute berichten selber, sie seien ganz wach gewesen. Manche sagen wacher als wach. Und befinden sich aber in so einer Art Zwischenzustand zwischen Wachen und Träumen. Aber eigentlich brauchen Sie sich da wirklich keine Gedanken zu machen. Das ist wirklich so eine... Also das tritt bei Kindern häufig auf. Ja? Okay, bitte. Ja, tschüss. Achso. Was war das für ein Anruf? Das war ein Mann, der mich angerufen hat, der berichtet hat, dass sein Sohn nachts Erscheinungen hat. Das heißt, der Sohn hat seinem Vater erzählt, er hätte nachts im Bett gelegen. Und er hätte dann am Bettrand die Oma sitzen sehen, die schon verstorben ist. Der Sohn ist acht. Und was jetzt den Mann auch irritiert hat, ist, dass er... Also der Sohn kennt die Großmutter auch von Fotos. Und was den Mann ein bisschen irritiert hat, war, dass er sagt, dass der Sohn beschrieben hat, wie die Großmutter eine Schüssel, eine weiße Schüssel mit roten Punkten auf dem Schoß gehabt hätte. Und er hätte nochmal alle Bilder nachgeguckt. Und auf den Bildern sei diese Schüssel nie drauf. Und er sagt jetzt also, der Sohn konnte ja nicht wissen, dass diese Schüssel, dass die existiert hat. Und für den Vater hatte die Schüssel aber eine besondere Bedeutung. Also da gab es mal einen Krach mit der Großmutter, wo die Schüssel eben eine besondere Rolle gespielt hat. Und wie ich eben schon gesagt habe, Kinder sind halt sehr intuitiv. Und dieses Kind hat vermutlich im Zusammenhang mit der Oma das eben aufgegriffen, dass die Schüssel für den Vater so eine große Bedeutung hatte. Es rufen auch Leute an, die über ungewöhnliche Dinge in ihrer Wohnung berichten. Also diese klassischen Spukfälle. Am meisten Leute rufen eigentlich an zu diesem Thema präkognitive Träume. Also Menschen, die eine Ahnung oder eine Vision oder einen Traum hatten. Denen sagen wir, dass diese intuitive Begabung, dass das so eine Begabung ist, die man nicht einfach wegzaubern kann. Also das ist so, wie wenn jemand anruft und sagt, ich bin so musikalisch, ich will nicht immer die Tonabstände hören. Das kann man auch nicht wegzaubern. Aber wir können den Leuten eben sagen, wie man damit umgehen soll. Keine Namen, keine Daten und keine Hilfe bei unserer Suche nach Spukfällen. Walter von Lucadous Bedingungen für seine Mitwirkung sind unmissverständlich und eine echte Herausforderung. Drei Tage vor Drehbeginn werden wir fündig. Ort, eine großzügige Wohnung in einem 20er Jahre Mietshaus. Irgendwo in Köln. Jetzt erzähl uns doch einfach mal, was passiert ist und so, wie Sie es erlebt haben, möglichst von Anfang an. Also es war so, dass wir in diese Wohnung neu eingezogen sind. Und ja, wie so oft im Leben fing es erstmal harmlos an durch gewisse Geräusche, die in der Wohnung waren. Also wir hörten stetiges Möbelrücken. War nun klar, das ist nicht von uns, haben wir uns aber erstmal nicht viel bei gedacht. Das wurde erst dann, also wir dachten, das kommt halt von oben. Das wurde erst dann eigenartig, als unsere Nachbarin von oben runterkam und fragte, wir seien ja neu eingezogen, ob wir auch nachts ständig Möbelrücken würden. Da kam uns das dann schon mal ein bisschen komisch vor. Aber wie gesagt, war ja im Grunde eine harmlose Geschichte. Dann ging es weiter, dass wir, wir haben im Wohnzimmer ein Aquarium, und da sind ja mehrere elektrische Sachen angeschlossen. Wir waren draußen mit unserem Hund, kamen wieder, und sämtliche Stecker dieses Aquariums waren rausgezogen. Und zwar alleine das, hatte niemand Zutritt. Hatte niemand Zutritt, die Türen waren zu, und die Stecker lagen auch parallel neben dem Dreifachsteckdose. Die waren nicht einfach so rausgezogen, die lagen wirklich ganz gerade daneben. Und dadurch, dass da halt Licht und Luftpumpe und so weiter angeschlossen ist, sieht man das ja auch sofort, wenn das irgendwie nicht funktioniert hätte, bevor wir das Haus verlassen haben. Das war dann, was Sie jetzt eben meinten, auch dann meine erste Vermutung, vielleicht hat hier noch jemand einen Schlüssel, der hier vorher gewohnt hat. Dann ging es weiter, dass der Hund oft sehr unruhig war. Also dass er sich oft einfach hochgesetzt hat und geguckt hat, teilweise auch geknurrt hat. Der hatte zu der Zeit so ein kleines Stofftier, das, wenn man draufgedrückt hat, so gequietscht hat. Und dieses Stofftier lag alleine, auch im Wohnzimmer, und plötzlich fing das an zu quietschen, zweimal hintereinander. Der Hund saß halt in unserer Nähe, das Stofftier lag da. Und das haben Sie beide mitgekriegt? Sie haben das direkt gehört? Ja, beide direkt gehört. Hat sich das Stofftier bewegt? Nein, gar nichts. Also nur dieses typische Quietschgeräusch. Wir dachten am Anfang wirklich, es wäre der Hund. Und dann haben wir auch nachgeguckt, aber er hat es eben nicht im Maul. Und wir haben es dann gesehen, dass es mitten im Wohnzimmer praktisch lag. Und haben dann sogar noch nachgeprüft, deswegen weiß ich das auch. Quietscht das, wenn dieser Gummibalk, der da drin ist, rausgeht oder rein? Aber halt, er quietscht nur, wenn man den reindrückt. Ah ja. Dann passierte dann auch hier in der Küche das erste Eigenartige, und zwar mit dieser Uhr. Wie Sie sehen, stehen da so zwei, ein Schlumpf und sowas drauf. Und wir kamen hier in diese Küche herein, und diese Uhr hatte sich um die drei, also die drei war auf der Stelle, wo jetzt die zwölf war. Verdreht. Verdreht, und die beiden Gummiteile, die also nicht festgeklickt sind, waren auch immer drauf. Die hingen dann hier. Ist denn das möglich, dass man das Zifferblatt verdrehen kann? Nein, man kann es nicht, man kann nur die ganze Uhr verdrehen. Und diese Gummitier, also wenn ich jetzt mache, fahren sie natürlich sofort runter, weil die Uhr hing so. Und wir haben sie zurückgelegt, und dann hing sie auch wieder so. Und diese Gummitier waren noch auf dieser Uhr mit drauf. Ach, ja, und ist denn die Uhr so, dass man sie auch so hinhängen könnte? Nein, man kann die Uhr nur so drehen, das kann man schon. Ja, gut, aber haben sie schon. Ah ja, das heißt, sie ist an so einem Nagel aufgehängt, dass man sie hier verdrehen kann. An einem Nagel, genau, aber diese Teile waren eben hier dran. Ach, die waren auf der Seite. Ja, ja, klar. Und dann, sobald wir sie bewegt haben, sind sie runtergefallen. Ah ja. Und, aber das waren immer noch Sachen, die uns eher belustigt als beunruhigt haben. Dann kam eigentlich das erste krassere Ereignis. Da waren wir hier in der Küche und haben halt diese Schränke eingeräumt. Und plötzlich fragte er mich, ob ich im Bad, das nebenan ist, das Wasser in der Badewanne aufgedreht hätte. Und ich sagte nein und dann sind wir halt rübergegangen. Und es war so, dass der Spiegel im Waschbecken lag, mit der Spiegelseite nach unten. Die Sachen, die hier stehen, lagen auf dem Spiegel drauf. Der Stopfen war hier drin, der Wasserhahn, aufgedreht und das Wasser lief über. War der Spiegel noch ganz, oder? Ja, ja. Was uns da halt ein bisschen eigenartig bei vorkam, dass sowohl der Wasserhahn als auch der Stopfen, um die halt zu betätigen, müssen die nach oben gedrückt werden. Insofern kann das ja nicht vom Spiegel selber passiert sein. Und halt auch, dass die Sachen oben drauf lagen. Also das erschien uns einfach sehr eigenartig. Und das war so die erste Geschichte, wo ich dann auch für mich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Also es war so, als wäre es angeordnet, kann man das sagen. Nicht so, als wäre es runtergefallen. Nein, es war wirklich wie angeordnet. Wie angeordnet. Und was halt auch eigenartig ist, wir haben auch dieses Geräusch nicht gehört. Wir haben es erst gehört, als es zu spät war und das Wasser wirklich übers Waschbecken. Ich meine, es war ein Mobilgeräusch. Ja, es ist rübergelaufen und es war auch überall alles Wasser. Also mal trotz unseres Ablaufs war Wasser hier in den Zimmern. Dann dieser Spiegel, naja, und wie ging es weiter? Dann geht es ins Schlafzimmer jetzt weiter. Also ich bekam einfach immer mehr Angst in der Wohnung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine halbe Stelle, war oft früher als er zu Hause. Und dann war ich nachmittags hier alleine und hatte einfach Angst. Ich merkte, der Hund war unruhig. Und das hat sich auch über mich irgendwann übertragen einfach. Dann passiert es einen Sonntagabend. Ich war hinten im Gästezimmer und habe Wäsche aufgehangen. Und, also ganz normal, auf einmal bekam ich, also wirklich panische Angst. Ich wusste nicht warum. Ich bin direkt auch aus diesem Zimmer raus und habe ihn geholt. Meinte, komm mal mit, da hinten ist irgendwas ganz Schlimmes. Und ich habe tierische Angst. Ich habe normalerweise, also nicht solche Angstattacken oder sowas. Und, ja, dann wusste ich mir zumindest nicht mehr viel zu helfen. Und dachte mir, was machst du jetzt? Und hier in Köln gibt es so einen Esoterikladen. Da dachte ich mir, vielleicht können die dir helfen. Dann bin ich in diesen Esoterikladen rein. Dann haben die mir einige Bücher gegeben, aber das war irgendwie so Humbug. Also so Poltergeistern, alles Mögliche. Und ich habe es gelesen, ich dachte, das kann es nicht sein. Das ist nicht irgendwie wie so ein Horrorfilm. Sowas ist es nicht. Und diesen Eindruck hatte ich eben die ganze Zeit. Bin dann aus diesem Laden wieder raus. Und die Frau an der Kasse, also die Kassiererin, hat mich gefragt, haben Sie nichts gefunden? War nicht schnell, war nicht schade, bei Ihnen passiert ja so viel. Und da stand eine Kundin im Laden. Sie sagte, sie hätte Erfahrung mit diesen Sachen. Mir wäre solche Sachen auch schon mal passiert. Und ich sollte eben irgendwie so einen Kreis aus Meersalz machen. Und so eine 3-Tages- oder so eine 7-Tages-Kerze aufstellen, die man so auf den Friedhöfen normalerweise hat. Also ich würde jetzt alles bizarr, hört sich das natürlich an jetzt. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich eben versuche, ja eben, schaden kann es nicht. Also schlimmer werden kann es, denke ich mal, auf keinen Fall. Wir haben es auch gemacht und wir hatten seltsamerweise Ruhe. Drei Tage lang. Und nach drei Tagen war diese Kerze ausgebrannt. Und dann ging es eigentlich richtig los. Ja, das hätte ich Ihnen voraussagen können. Ja, ja, aber das ist interessant für mich. Ja, weil das eine typische Struktur ist. Aber jetzt erzählen Sie mal weiter. Das Erste, das war noch in der gleichen Nacht dann im Grunde. Wir lagen im Bett und hörten auf einmal dann von draußen einen wirklichen Lärm, der sich nach zerbrochenem Glas anhörte. Also wir dachten, entweder ist ein Fenster in den Rahmen gefallen oder eine Tür oder sonst was, oder es hat jemand eingebrochen. Wir hörten mal Schritte über den Flur. Und wir dachten einfach, es ist ein Einbrecher hier. Wir haben an das überhaupt nicht gedacht. Wir dachten wirklich, es ist ein Einbrecher in der Wohnung. Wir sind draußen, es war wirklich nichts zu sehen. Die Türen waren zu, die Fenster waren alle zu. Ja, und dann, das war dann einen Abend später. Ich war hier alleine im Schlafzimmer und schlief halt. Und hab dann so im Halbschlaf plötzlich ein Geräusch gehört. Und ich hab eigentlich keinen leichten Schlaf. Ich mache so nachts so gut wie nie auf. Und meine erste Assoziation war, da klopft jemand so in der Weise mit einem Zehn-Pfennig-Stück auf die Fenster lang. Und ja, in der Sekunde oder in dem Moment, wo ich so vom Stadium des Halbschlafes in den Wachenstatus kam, hörte dieses Geräusch auf. Ich spürte so etwas wie, ich weiß nicht, ob man es Luftzug nennen kann, aber auf jeden Fall, es bewegt sich etwas durch den Raum. Das Ganze dauerte vielleicht so eine halbe Sekunde und dieses gleiche Geräusch wurde dann an der Tür fortgesetzt. Sie haben die Tür aufgerissen? Und dann? Dann war das Geräusch erst mal weg. Dann hab ich mich wieder ins Bett gelegt und hab eigentlich ganz normal weiter geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich einige Zeit vor ihm aufgestanden. Ach so, war er auch da? Er war in einem anderen Raum. Also er hat die Geschichte dann so gar nicht miterlebt. Am nächsten Morgen bin ich dann einige Zeit vor ihm aufgestanden und als ich dann die Tür aufmache, fällt mein erster Blick auf den Boden, dem Flur und da lag eben ein Zehn-Pfennig-Stück. Also mein Gedanke war, also jetzt nicht noch mich in das Ganze involvieren. Ich hab hiermit nichts zu tun. Also Sie waren sozusagen, Sie hatten auch nicht so eine Panikattacke, sondern Sie haben das mehr so als ein Spiel gesehen. Wie haben Sie es denn betrachtet? Also für Sie war es kein Spiel, oder? Nee, nee, für mich war es kein Spiel. Ich hatte Angst. Also es ist am Anfang natürlich nicht so stark. Ich hab's mir auch versucht irgendwie zu erklären und auch mit diesem Waschbecken dachte ich, vielleicht ist da irgendwas runtergefallen, das kann passieren. Aber die Angst wurde eben immer stärker. Wir saßen drüben im Wohnzimmer und an dieser Wand hängt eine Ikone und, beziehungsweise da hingen drei Ikonen und wir saßen halt einfach auf diesem Sofa und plötzlich gab es ein ganz, ein relativ lautes Geräusch für einen stillen Raum. Das war wirklich in der Weise und wir guckten beide, ohne dass wir vorher gesprochen haben, guckten auf diese Ikone da auf. Und es kam vor uns dann halt wirklich aus dieser Ikone raus. Wie lang dauerte das ungefähr? Ja, es war ein Klopfen einfach. Ah ja. Ein lautes Klopfen. Und dann sind Sie gleich rübergegangen und haben geguckt. Ja. Also nachdem er dann sagte, wir haben doch was gemacht, haben wir dann halt geguckt und wie gesagt, die Kerze war aus. Also uns rufen ganz viele Menschen an, die solche Spukerlebnisse haben und wir sind ja also ganz oft unterwegs, weil solche Sachen viel häufiger vorkommen, als man im Allgemeinen glaubt. Und sagen Sie einfach, was Sie selber so gedacht haben, wie das auf Sie gewirkt hat, weil das möglicherweise dazu dient, zu verstehen, was hier los ist. Also ich habe dem Ganzen keinen Namen gegeben. Ich habe nicht gedacht, das ist ein Kobold oder ein Poltergeist oder so was. Ich habe diese Frau angerufen und sie gesagt, das hat nicht funktioniert. Dann hat sie mir eine Adresse gegeben von einer anderen Frau in Bayern mit Telefonnummer. und die Dame habe ich dann angerufen, habe ihr kurz geschildert, was hier los war und sie meinten, ja, ich kann mir ungefähr denken, was da ist. Ich kann da auch was gegen tun, ich kann Ihnen helfen und ich gehe heute Abend mental durch Ihre Wohnung durch und gucke, was da los ist. Also so Geisterjäger in dem Sinne, ich habe jetzt schon akzeptiert, das ist da. Großpaste. Aber eine Frau in Bayern, die irgendwie durch die Räume geht, mental, das fand ich dann schon eigenartig. Und plötzlich bemerkte ich in irgendeiner Weise, ohne dass ich mich jetzt da die letzte Stunde mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, dass etwas in dem Raum ist, was aber jetzt nichts Böses im weitesten Sinne ist, sondern da kam mir als erstes dann der Gedanke von dieser Frau. Irgendwas ist hier drin und als ich dann später ins Bett gegangen bin und da halt lag, wusste ich irgendwie, diese Geschichte ist vorbei. Das war es jetzt. Und